Und ich habe da schon länger irgendwas, das ich mir wünsche. Können wir uns noch einen Hund kaufen, dann hat Maddox einen Freund. Nein. Wir passen so gut auf. Nein. Wir passen so gut auf. Papa, wir passen so. Nein. Papa. Nein. Mama. Nein. Mama, du wolltest auch einen Hund. Ich hole einen Nackthund. Dann freust du dich, Papa. Nein. Oh, Nackthund ist nicht schön. Es gibt keinen Hund mehr. Nein. Doch. Komm, können wir das jetzt bitte zu Ende bringen, damit er weiß, was wir heute Abend kochen müssen? Ja, ich habe doch gesagt. Was der kochen muss. Das ist gut. Also ich würde mich freuen, wenn Maddox noch einen Kameraden hat, ein kleiner Bruder. Dann würde ich auch mit beiden Gassi gehen und ich glaube, er würde sich dann auch nochmal richtig freuen und ein bisschen aktiver sein. Es gibt kein neues Haustier, weil am Ende des Tages sich irgendjemand darum kümmern muss. Und ich weiß ganz genau, dass es bei den Kindern schief geht. Das stimmt nicht. Ich kümmere mich wirklich immer und ständig um Maddox. Also ich kann machen und tun, was ich will. Ich bin ja über 18, also kann ich mir auch einen Hund kaufen.